ja liebe leute willkommen zu einem neuen video es ist schon wieder ein monat her es tut mir leid ich habe mich ein wenig verkalkuliert mit der eröffnung meines online shops und dem damit verbundenen zeitaufwand es kam leider ja so viele bestellungen rein dass ich nichts haben als die bestellung abzuwickeln und natürlich nebenbei den hauptkanal weiter zu betreiben deswegen musste leider der zweitkanal wieder darunter leiden aber jetzt habe ich endlich ein kleines zeitfenster gefunden um weiter zu machen vor einem monat kam das video raus wo ich euch bild habe dass mich die witwe von axel ingo angezeigt hat die erwicklung worden eingestellt habe ihr angebot von 14 tagen gemacht sich bei mir zu entschuldigen das hat sie wo wunder natürlich nicht angenommen und ja machen wir es kurz das ganze ist jetzt ein monat her sie hatte jetzt quasi noch mal zwei wochen noch länger zeit aber hat sich trotzdem nicht gemeldet gesehen hat sie das video definitiv das habe ich aus sehr vielen verschiedenen quellen zugespielt bekommen deshalb machen wir es jetzt kurz das video soll nicht ewig in die länge gezogen werden die gute dame bekommt jetzt eine strafanzeige so wie ihr seht ist die seite auch schon offen ich habe mich noch nicht durchgeklickt oder irgendwas gemacht ich wir haben anscheinend hier zwölf schritte die wir machen müssen und ja wir überfliegen das ganze mal die online wache ist nicht für die entgegennahme von notrufen geeignet rufen die polizei an 110 blablabla ebenfalls nicht geeignet für die online wache wenn sie anonym bleiben wollen komplizierte sachverhalte wenn sie umstände am straf hat dort aufgenommen oder sprung gesichtet werden müssen nein verkehrsunfälle fahrzeugkennzeichen bankkarten karten gesperrt werden müssen nein wenn sie tat aus wenn sich der tatort außerhalb von niedersachsen befindet aha wartet mal wenn sich der tatort außerhalb von niedersachsen der tatort befindet sich ja im prinzip dort wo sie anzeige erstattet hat wo hat sie die anzeige gemacht dann muss ich jetzt nach rheinland-pfalz strafanzeige erstatten in rheinland-pfalz wo fand das ereignis statt in rheinland-pfalz diebstahl betrug sachbestätigung andere strafanzeigen so belehrung als anzeigenerstatter sind sie zeug in einem strafverfahren da 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 ach guck mal witzig hier steht hier steht sogar paragraf 164 falsche verdächtigung mit ihrer aussage eine person wieder besseren wissens verdächtigen das ist ja tatsächlich genau das womit sich die witwe strafbar gemacht hat und weshalb ich sie jetzt anzeigen werde das steht hier schon direkt auf der startseite dass man das nicht machen darf ähm okay das habe ich alles verstanden ähm entschuldigung will ich nicht nein belastet mich durch diese anzeige nicht selbst das könnt ihr gerade nicht lesen weil meine facecam davor ist so weiter zu personendaten zur nächsten seite gelangen die nächsten so sind sie selbst geschädigter ja ich bin selbst geschädigt so jetzt muss ich ja alle meine daten eingeben so meine personalien sind aufgenommen zeugen weitere gibt es nicht kann einen tatzeitpunkt benennen der tatzeitpunkt war nämlich so ähm ich schreibe jetzt noch dazu ich muss für euch leider viel viel blurren unscharf machen damit ihr die ganzen daten nicht seht aber ähm ich schreibe jetzt noch dazu die straftat wurde während einer aussage auf der polizeiwache ich schreibe noch dazu welcher sachbearbeiter das war die uhrzeit ist mir leider nicht bekannt so die uhrzeit ist mir leider nicht bekannt ähm angaben zum tatverdächtigen ich kann angaben zu einem tatverdächtigen machen so jetzt muss ich noch die ganzen daten von der witwe von axel ingo eintragen da muss ich dann auch noch mal danke sagen an die ganzen leute aus dem privaten umfeld von der witwe von axel ingo die die sich alle zehn finger danach lecken dass diese person endlich angezeigt wird und mir ja mit mit vergnügen die ganzen daten gegeben haben deswegen kann ich jetzt natürlich auch ganz einfach hier alle daten von dem täter eintragen so akademischer grad gehe ich mal ganz stark nicht davon aus geburtsort von ihr kann ich nicht sagen staatsbürgerschaft gehe ich mal stark davon aus dass sie deutsch ist familienstand müsste ich jetzt raten ich glaube nicht dass sie inzwischen mehr verheiratet hat ich gebe einfach mal verwitwet ein so ihr aktueller wohnsitz ist hier in der straße so ich habe noch 80 minuten restzeit um diese anzeige zu erstatten ähm so ich bin der meinung ich habe nun alles eingegeben wir kommen jetzt nun weiter zum sachverhalt welche straftat wollen sie anzeigen das ist paragraf 164 falsche verdächtigung haben sie unterlagen beweismittel die sie zur strafanzeige reichen wollen tippe ich jetzt mal nein ein ähm nö die aussage haben sie ja bei sich vorliegen deswegen schreibe ich das auch mal dazu so und jetzt muss ich hier möglichst detailliert den sachverhalt schreiben so leute ich habe meine aussage jetzt mal off screen genommen weil es ja unnötig ist jetzt hier irgendwie 40 minuten aufzunehmen ohne ein wort zu sagen weil ich mich auf meine worte konzentriert habe ihr seht es unten rechts bei der restzeit wie lange das jetzt ungefähr gedauert hat ich werde auch das ganze bild blören weil ich keine lust habe und immer wieder unterschiedliche namen und daten und so unkenntlich zu machen ich lese euch jetzt mal einmal die aussage vor es hat mich wirklich viel zeit gekostet ich bin auch unten so weit ich darf gar nicht mehr schreiben wollte eigentlich noch einsatz schreiben aber darf ich gar nicht weil anscheinend meine zeichen begrenzt sind in dieser aussage ich lese euch jetzt einfach mal vor so frau xy hat am 25.02.2021 auf der polizei xy gegen mich strafanzeige wegen verunglümpfung des andenkens eines verstorbenen erstattet die ermittlungen wurden kurz nach meiner aussage im august 2021 eingestellt frau xy hat in ihrer aussage zahlreiche unwahre informationen wiedergegeben weshalb sie sich nach meiner auffassung der falschen verdächtigung strafbar gemacht hat kurz vorweg ich bin selbstständiger journalist und publizist der über kriminalfälle berichtet und kurze dokumentationen erstellt im jahr 2017 habe ich über den todesfall von sarah heinrich berichtet und in dem zusammenhang auch über den angeklagten axel ingo g durch den ersten publizierten bericht damals habe ich die aufmerksamkeit und den hass von herrn g und seinem umfeld auf mich gezogen und wurde die darauffolgenden jahre per e mail belästigt nichtsdestotrotz habe ich weiterhin über diesen fall berichtet bis ich zuletzt im februar 2021 ein video über mein gerichtsverfahren aus dem jahr 2019 mit herrn und frau g publizierte dieses video nahm sich frau g zum anlass mich anzuzeigen ich habe in jedem bericht sowohl herrn als auch frau g anonymisiert ich habe ihre gesichter unkenntlich gemacht nie ihren nachnamen genannt und nie ihre adresse veröffentlicht in ihrer aussage am 25 2 21 sagte frau g aus im vorspann meines videos sei herr g zu sehen meine stellungnahme diese aussage stimmt nicht im video ist nicht herrn g zu sehen ist fakt im gesamten also es ist jetzt kurz cut ich weiß nicht wie sie darauf kommt im gesamten video auch nicht im vorspann des videos ist nicht herrn g also nicht axel ingo zu sehen im gesamten video sieht man nur nicht zweitens ich hätte im video gesagt dass ich mit einem ach das wort darf ich jetzt wegen youtube richtlinie nicht sagen mit einem m r d e r mit einem quasi mit einem marder nur mit ö vor gericht gestanden hätte und dass der tod von herrn g gerechtfertigt gewesen wäre meine stellungnahme beide aussagen stimmen nicht beide aussagen stimmen nicht ich habe nie gesagt dass ich mit einem marder mit ö vor gericht stand ich habe nie gesagt dass der tod gerechtfertigt gewesen wäre drittens ich hätte im märz 2020 mit herrn und frau g vor gericht gestanden es kam aber nie zu meiner verurteilung da herrn g im september 2020 gestorben sei meine stellungnahme die aussage ist vollkommen falsch das gerichtsverfahren war im herbst 2019 in klammern september soweit ich mich erinnern kann der antrag von familie g wurde damals im november schriechschrich dezember 2019 abgelehnt erst rund ein jahr später ist herrn g gestorben dass der antrag abgelehnt wurde hat rein gar nichts damit zu tun dass herrn g verstorben ist viertens ich hätte behauptet dass familie g geistes krank wäre meine stellungnahme ich habe mir das video extra noch mal sequenz für sequenz angeguckt und konnte diese aussage von mir nicht finden dass ich sowas jemals gesagt hätte erscheint mir auch unrealistisch somit ist diese aussage frei erfunden fünftens ich hätte bei der polizei neustrelitz angerufen und würde wissen dass frau g tot in ihrem haus lege meine stellungnahme beide aussagen vollkommen falsch ich habe der kriminalpolizei damals eine e mail geschrieben und auf die facebook seite von herrn g verwiesen auf der facebook seite publizierte herrn g damals hochfertigtige bilder und aussagen die kriminalpolizei bedankte sich bei mir für diesen hinweis ich habe nie gesagt dass frau g tot sei die wohnung von familie g wurde durchsucht und es wurde explizit nach seilen ausschau gehalten da ich angeblich gesagt hätte dass herrn g seine frau fesseln würde meine stellungnahme die aussage ist frei erfunden ich habe weder der polizei noch sonst irgendwem annähernd so etwas oder etwas ähnliches erzählt schlusswort es tut mir leid dass ich ihre zeit mit so etwas in anspruch nehmen muss normalerweise erstatte ich keine anzeigen damit ich nicht unnötig damit ich nicht unnötig behördliche arbeit erzeuge allerdings muss ich mich mit familie g nun seit nun über vier jahren herum ärgern 2019 wurde ich unberechtigterweise in ein anderes bundesland vor gericht gezerrt auf dessen erstattung meines arbeitsausfalles und der fahrtkosten ich bis heute noch warte nun musste ich erneut zur polizei und eine aussage tätigen die ermittlungen wurden ebenfalls eingestellt es kostet mich jedes mal zeit geld und nerven und schränkt mich auch in meiner tätigkeit als journalist ein da man sich in zukunft zweimal überlegt ob man über einen kriminalfall berichtet oder nicht wenn an jedem bericht ein rattenschwanz hängen würde wie in diesem falle könne ich meine berufliche tätigkeit niederlegen soweit ich weiß hat herrn g in seiner leben zu seinen lebzeiten an die 100 strafanzeigen gegen polizisten richter und journalisten gestellt und alle ermittlungen wurden eingestellt die klammern das hat er vor einigen jahren mal auf facebook geschrieben die entstandenen kosten der stress und der ärger lässt sich vermutlich nicht lassen sich vermutlich das muss ich kurz korrigieren lassen sich vermutlich nicht in zahlen messen und offensichtlich möchte frau g nun dort weitermachen wo ihr verstorbener mann aufgehört hat eigentlich wollte ich jetzt noch den satz schreiben was sollte ich schreiben moment wo ich noch mal ganz kurz meine worte sammeln ich hoffe inständig dass es zu einer verurteilung der beschuldigten person kommt da meines erachtens die erstattung von willkürlichen anzeigen sonst kein ende hat irgendwie so sinngemäß wollte ich am ende das noch schreiben weil mal leute mal hand aufs herz was 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 axel ingo gemacht hat die letzten jahre mit mit anzeigen erstatten in alle richtungen der terror und der stress den er da in seinem dorf verbreitet hat und jetzt selbst nach seinem tod noch der stress in seine witwe weitermacht da helfen keine worte da helfen keine hausdurchsuchung da helfen keine drohungen das einzige was hilft ist eine haftstrafe ich sage es so hart wie es ist das ist jetzt meine persönliche meinung menschen die so viel willkürlichen und unnötigen stress verursachen ohne irgendeine rechtliche grundlage ohne irgendwelche wirklich moralischen gerechtfertigten gründe dafür gehören von der straße oder alternativ brauchen diese menschen einen vormund dass die nicht mehr einfach jeden tag zur polizei rennen können und gott und die welt anzeigen der stress die arbeit der ärger die entstandenen kosten dadurch dass wenn das jeder machen würde wäre unser land insolvent da könnten wir könnten wir einen da wäre da hätten wir einen staatsbankrott wenn das jeder oder jeder zweite so machen würde soweit ich weiß angaben ohne gewehr hat die witwe von axel ingo auch privat insolvenz angemeldet das heißt wenn sie jetzt eine geldstrafe dafür bekommen würde würde das wahrscheinlich auch gar nichts wirklich bringen ich appelliere inständig an die staatsanwaltschaft an den richter wer auch immer das beurteilt frau g mit einer haftstrafe ohne bewährung zu verurteilen dafür für diese unfassbare frechheit diese sich seit jahren herausnimmt und davor ihr mann so das ist mein schlusswort ich glaube ich wäre tatsächlich auch ein guter richter also ist eigentlich auch eine berufliche laufbahn die ich damals in meiner schulzeit in betracht gezogen hätte ich wäre sehr gerne anwalt geworden ich würde auch sehr gerne richter werden aber der bürokratische trockene weg dorthin hat mich dann doch dazu bewegt dass ich lieber in die wirtschaft gegangen bin ansonsten wirklich wäre ich doch sehr gerne auch in die juristische straf die juristische rechts wissenschaftliche richtung gegangen aber na gut so ihr seht ich habe nur noch restzeit 27 ach ihr seht das gar nicht und steht die restzeit ich habe jetzt noch 27 minuten um diese anzeige abzuschicken meine aussage ist fertig ich gehe jetzt weiter zu abschluss da steht nun hinweis auf strafantragserfordernis da bestimmte straftaten beleidigungen hausregingsbruch haus familien die haus familienbetrug die einstellung eines strafantrags über die online wache ist aus rechtlichen gründen nicht möglich die stellung eines strafantrags so ich musste mir das hier mal ganz kurz durchlesen ich habe verzicht auf einen einstellungsbescheid mit nein angeklickt das heißt wenn meine strafanzeige eingestellt wird möchte ich darüber bescheid wissen und ich möchte auch eine bestätigung über die erstattung ihrer strafanzeige haben hier habe ich noch meine e mail adresse eingegeben und hier ist ein hinweis auf strafantragserfordernis das wusste ich zum beispiel gar nicht bei bestimmten straftaten zb beleidigung hausfriedensbruch haus und familiendiebstahl haus und familienbetrug bedarf es zur verfolgung der tat zwingend eines strafantrags des antrags berechtigten diesen strafantrag muss man bei der polizei bei gericht oder bei der staatsanwaltschaft machen der strafantrag ist binnen einer frist von drei monaten nach bekannt werden der tat und des täters zu stellen geht der strafantrag innerhalb dieser frist nicht ein wird die tat nicht verfolgt okay ich gehe von aus falsche verdächtigung gehört jetzt nicht dazu ansonsten müsste ich noch mal einen strafantrag bei der polizei stellen innerhalb von drei monaten nach bekannt werden der tat und des täters das bedeutet ja wann jetzt diese drei monate frist anfangen ist für mich nicht ganz klar weil aussagen musste ich im august eingestellt wurde es im ich glaube september oder oktober ich weiß es nicht mehr und wann die drei monate anfangen weiß ich auch nicht ich hoffe jetzt einfach mal darauf dass ich so hier können wir jetzt noch mal alles zusammenfassend sehen personen daten ja ich bin selbst geschädigt schön die selbst durch die anzeige nein hier sind meine daten hier sind ihre daten nach verhalt keine beweise hier ist meine aussage und die war ganz schön lang abschluss hinweis mitteilung bla denn denn formular wird hochgeladen anzeige erfolgreich übermittelt ihre anzeige wurde mit der ereignis nummer registriert sie hat nun eine pdf version zur ansicht druck zum download so hier haben wir jetzt eine pdf datei mit unserer anzeige sagen wir jetzt nochmal als pdf herunter gut liebe leute ich würde sagen ich habe keine ahnung wie lang das video geht ich glaube ich habe jetzt über eine stunde mit dem ganzen hier verbracht die anzeige ist erstattet wegen falscher verdächtigung wir werden jetzt hoffentlich dann über alles weitere informiert ich werde euch natürlich auch auf dem laufenden halten falls es neue erkenntnisse gibt und ich gehe mal davon aus dass kann sich jetzt wirklich ein halbes jahr bis jahr ziehen aber gesehen sie hat mich im februar angezeigt ich musste im august erst aussagen deswegen schauen wir mal ich danke euch auf jeden fall fürs zusehen leute falls ihr interesse habt an anderen world's kleidung link ist in der video beschreibung ich habe hier gerade wieder einen rolling ein sweatshirt rolling an was auch wahrscheinlich in meine kollektion kommt hier kommt das uwe label drauf hier kommen noch uwe anderen world's stick rauf falls ihr interesse daran habt link ist in der video beschreibung ich danke euch fürs zusehen bis zum nächsten mal und rein